Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrug mit dem Namen der BaFin. Warnung an Verbraucherinnen und Verbraucher. Seien Sie wachsam bei vermeintlicher Kontaktaufnahme der deutschen Finanzaufsicht, also so die BaFin selbst. Es häufen sich Fälle, in denen Betrüger den Namen der BaFin missbrauchen und das Vertrauen argloser Verbraucher für sich zu gewinnen und um ihnen unrechtmäßige Forderungen mit Nachdruck zu verleihen. Dazu geben sie sich zum Beispiel am Telefon in E-Mails als BaFin-Beschäftigte aus und verwenden bei den Telefongesprächen tatsächlich BaFin-Mitarbeiternamen, ohne deren Wissen. Auf der Webseite findet man den einen oder anderen Mitarbeiter der BaFin mit Profil. Man stellt sich ja in seiner Firma öffentlich auch hin und wieder mal vor. Es ist ja nichts Ungewöhnliches. Kennt man von vielen Friseur-Webseiten und auch von Bundestags-Webseiten. Die Leute, die dort arbeiten, die stehen dafür mit ihrem Namen. Und das wird hier am Telefon missbraucht. Indem die Betrüger einfach auf der BaFin-Webseite sich die Namen rauskopieren. Vielleicht tatsächlich sogar, was der Mitarbeiter so alles macht. Und schon klingt das vertrauenswürdig, da der Betrüger sich in diesem Fall vorbereitet hat. Ist nicht immer so. Es sind auch Schreiben mit nachgestelltem BaFin-Briefkopf oder Logos im Umlauf, bei denen es sich um Fälschungen handelt. Immer wieder werben Betrüger auch mit gefälschten BaFin-Zertifikaten, die Lizenzen oder Genehmigungen der BaFin einfach nur vortäuschen. Existieren tut diese Lizenz allerdings nicht. Vor diesem Hintergrund teilt die BaFin-Verbraucherinnen und Verbrauchern eben mit, seien sie sehr misstrauisch, wenn ein vermeintlicher BaFin-Mitarbeiter sie kontaktiert. Also so direkt der Text von der Webseite der BaFin. Die BaFin wendet sich nicht von sich aus an einzelne Personen, also würde euch niemals privat anrufen. Um sie beispielsweise zu Finanzprodukten zu beraten oder um die Zahlung eines Geldbetrages auf ein bestimmtes Konto zu verlangen. Gehen sie auch nicht darauf ein, wenn jemand anderes sie zur Zahlung auf ein vermeintliches BaFin-Konto auffordert, etwa um ihre Identität oder ihr Konto zu bestätigen. Das ist schon krass, was da so alles passiert auf dem Betrugsmarkt. Alles decken wir hier auf diesem Kanal gar nicht ab. Es gibt noch so viele andere Betrügereien. Vieles läuft auch einfach nur per E-Mail ab. Es ist nicht alles am Telefon. Die BaFin bittet daher alle Verbraucher, wenn sie mit derartigen Angeboten oder Aufforderungen in Kontakt kommen, diese abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Das heißt, allein wenn man bei euch angerufen hat oder ihr eine E-Mail von so einem Betrugsversuch bekommt, sollte man auf jeden Fall sofort zur Polizei gehen. Denn nur dann kann eben auch ermittelt werden. Man muss nicht zwingend, wenn man nicht geschädigt wurde, eine Anzeige erstatten. Man kann es probieren, weil letztendlich versucht da, also eine versuchte Straftat bleibt auch eine Straftat. Es reicht aber teilweise auch schon, wenn man einfach nur Hinweise gibt. Wenn ihr da noch Zweifel habt, ob das von der BaFin kommt oder euch einfach nicht sicher seid, ihr könnt euch auch direkt selbst an die BaFin wenden. Dafür gibt es das Verbrauchertelefon. Das kann man kostenlos anrufen, also eine vollkommen kostenfreie Telefonnummer. Diese lautet 0800 2100 500, also die 0800 2100 500. Wenn ihr aus dem europäischen Ausland oder von wo auch immer zuhört, Anrufe aus dem Ausland sind zu erreichen unter plus 49, also die 0 228 299 70 299. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. So sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Unbekannte unter dem Namen der BaFin Verbraucher angerufen haben. Dabei erscheinen oft echte, tatsächlich vorhandene Faxnummern im Display von der BaFin. Ruft ihr das also zurück oder prüft diese Telefonnummer, gehört diese Rufnummer auch der BaFin. Allerdings als Faxnummer. Das heißt, ihr hört dieses klassische Piepen am Telefon, wenn ihr auf diese Rufnummer zurückruft. Tja, das ist dann nichts anderes als eine gespoofte Telefonnummer und somit nicht echt. Im Gespräch drohen die Anrufer beispielsweise mit einer Kontosperrung oder einem Inkassoverfahren, wenn nicht ein bestimmter Geldbetrag gezahlt wird. Eine weitere Betrugsmasche sind vermeintliche Rechnungen, auch in englischer Sprache, die unter dem Namen der BaFin an Privatanleger verschickt werden. Viel Geld könnt ihr bei betrügerischen, nicht lizenzierten Online-Handelsplattformen verlieren. Das kennt ihr schon von diesem Kanal. Verbraucher werden von Mitarbeitern dieser Plattform angerufen und aggressiv dazu aufgefordert, immer höhere Summen zu investieren. Einmal investiert, versuchen die Verbraucher in der Folge vergeblich das Geld wieder zurückzuerhalten. Das erzähle ich euch hier gefühlt in jedem Video auf diesem Kanal, da momentan die Online-Trading-Handelsplattformen aus dem Boden sprießen wie Pilze und noch viel, viel schneller. Denn man kann gar nicht so oft ans Telefon drangehen, wie oft diese Betrüger hier auf dieser Leitung schon angerufen haben. Häufig geben sich dann Betrüger, die Kundentaten erworben haben, als Samariter aus und tun so, als wollen sie die Verbraucher dabei unterstützen, verlorenes Geld zurückzuholen. Dabei geben die Täter oft vor, von vertrauenswürdigen Stellen wie eben zum Beispiel von der BaFin beauftragt oder sogar dort beschäftigt zu sein. Häufig, aber nicht immer, entlarvt schon die schlechte Sprachqualität. Auch das kennt ihr hier ja von diesem Kanal. Ja, Bescheinigungen mit dem vermeintlichen Briefkopf der BaFin sind dann oft Fälschungen. Ja, und man erkennt sowas oder diesen Betrug erkennt man im besten Fall schon meistens an dem schlechten gebrochenen Deutsch. Denn niemand würde von einer Firma euch anrufen lassen, einfach so, wenn das Deutsch nicht passt. Denn wie soll man dann seriös irgendetwas abwickeln? Das ist absolut unlogisch. Das nächste ist natürlich auch, wo ihr immer darauf achten müsst, die tolle Musik und die Geräuschkulisse im Hintergrund. Natürlich gibt es auch in Deutschland ziemlich laute Callcenter. Das wird aber immer besser, da wir hier in Deutschland einfach einen ganz anderen Standard haben. Auch wenn wir mal gerne meckern, aber naja, in Deutschland gibt es einfach unfassbar viele Gesetze und auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch wenn die nicht immer perfekt ausgereift sind und immer irgendwo was überbleibt, wo man was schlecht finden kann, alles in Ordnung. Aber in Deutschland ist einfach der Standard schon allein in so einem Callcenter ganz, ganz anders. Ihr bekommt in der Regel wirklich vernünftige Headsets. Jeder bekommt ein neues, sauberes Headset oder wenigstens irgendeinen sauberen Überzug dafür. Die Technik, die wir hier benutzen, ist in der Regel auch neu. Zumindest wenn es ein Callcenter ist, das wie zum Beispiel für die Telekom arbeitet, dann ist man technisch einfach vernünftig ausgestattet und es ist einfach nicht wahnsinnig laut im Hintergrund. Und man achtet auch darauf, dass nicht zu viele Mitarbeiter in einem Raum sitzen und in Zeiten von Corona sowieso eher von zu Hause aus, wo es dann wirklich absolut ruhig sein sollte in der Leitung. Keine Anwerbung durch die BaFin. Nicht immer geht es Verbrauchern direkt an den Geldbeutel, wenn der Name der BaFin missbreichlich verwendet wird. So wurden etwa 2019 mehrere Fälle bekannt, in denen unbekannte Täter unter dem Namen der BaFin Personen per Telefon oder online aufgefordert haben, ein Testkonto bei einem Kreditinstitut zu eröffnen. Mit diesem Zuge der vermeintlichen Kontoeröffnung erbeuteten Daten versuchten die Täter dann, unter dem Namen der angesprochenen Person ein Konto bei dem Kreditinstitut ebenfalls zu eröffnen, um dieses vermutlich für kriminelle Zwecke zu nutzen. Das heißt, ihr habt euch dort angemeldet, eventuell denen eure Daten mitgeteilt und die melden dann ein Konto in eurem Namen an. Und dann kann man ja machen, was man möchte mit eurem Namen. Soviel zum Thema Identitätenbetrug. Der BaFin sind auch vermehrt Fälle bekannt geworden, in denen Unternehmen auf unlautere Weise Jobs in Treuhandservice anbieten. Also der Treuhandservice ist sowas wie Geldverwalter, also eben Treuhand. BaFin weist darauf hin, dass sie entgegen den Angaben in den Stellenbeschreibungen Treuhandkonten weder registriert noch verwaltet. Bei ihrem Job im Treuhandservice sollen Verbraucher über ihr eigenes Konto Gelder weiterleiten, die jedoch auf kriminelle Handlungen zurückzuführen sind. Auch das hatten wir hier bereits schon mal in einem Gespräch an der Leitung, wo ich den Betrüger direkt bei der Bank gemeldet habe. Denn ich habe hier ein deutsches Konto bekommen. Und irgendwie muss man ja aus dem Ausland ein deutsches Konto eröffnet haben. Dafür gibt es Mittelsmänner. Die Mittelsmänner werden dann zum Beispiel hier für so einen Treuhandservicejob missbraucht. Das heißt, ihr fallt auf eine Werbeanzeige rein, man will euch sogar Geld geben, vielleicht bekommt ihr sogar tatsächlich Geld. Ja, aber fremde Menschen sollen Geld auf eurem Konto einzahlen, damit ihr das Geld dann weitergebt. Tja, und dann ist der Betrug ganz rund, denn ihr schickt illegales Geld weiter, nennt man dann Geldwäsche. Verbraucher, die im Treuhandservice agieren, können sich also damit selbst strafbar machen. Verbraucher müssen wachsam sein. Die Beispiele zeigen, wie vielfältig das, tja, Betätigungsfeld von Betrügern ist, die den Namen der BaFin missbräuchlich verwenden. Die BaFin veröffentlicht regelmäßig Meldungen, wenn sie erfährt, dass ihr Name missbräuchlich verwendet wurde. Gleichwohl kommen immer wieder neue Maschen hinzu. Seid wirklich überaus wachsam. Kriminelle Ansichten sind oft nicht leicht zu erkennen und ändern sich ständig. Wir haben hier permanent auf diesem Kanal kleinste Veränderungen der Betrugsmaschen. Es gibt aber allerdings auch ganz andere Betrugsmaschen, die wir hier noch gar nicht hatten. Denn nicht jeder Betrüger ruft automatisch hier auf dieser Leitung an. Alles werden wir nicht aufdecken können. Aber ich versuche euch immer möglichst viel beizubringen, damit ihr wisst, was so auf dem Markt los ist. Natürlich sind die meisten Gespräche hier absurd und man kommt gleich dahinter, dass das nur Betrug sein kann. Aber es gibt sie eben auch, die Betrüger, die etwas klüger sind. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder ein bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch auf so eine Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir selten verstehen werden oder auch nie verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Aber es gibt sie, die Opfer. Und das auch leider in einer viel zu hohen Zahl. Teilt daher gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.